Grüße aus dem Wald. Heute soll es um dieses kleine Produkt hier gehen und zwar das Decathlon Alu-Geschirr Komplettset im Low-Budget-Bereich. Wenn dich das interessiert, dann bleibt einfach dran. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Jetzt sage ich Komplettset und im Prinzip ist das nur ein Topf mit einer Pfanne. Warum nenne ich es Komplettset? Normalerweise sind so zwei Plastikgabeln und zwei kleine Becher tatsächlich noch mit dabei. Die sind hier drin. Die sind irgendwo in meiner Kiste verloren gegangen. Aber normalerweise sind sie mit dabei und deshalb heißt es Komplettset. Ich lege das mal aus der Hand, weil es gerade sehr kalt ist. Das Metall hat sich abgekühlt. Wir wollen einmal darüber reden, dass es natürlich aus Aluminium ist. Ich möchte keine große Diskussion unter dem Video anfangen mit Aluminium. Wie immer, wenn euch das vielleicht interessiert, das Thema, warum man gegenüber Aluminium ein bisschen skeptischer ist als gegenüber Edelstahl, dann würde ich dort mal ein bisschen recherchieren, aber auch nicht zu viel immer drauf geben auf panische Kommentare unter YouTube-Videos. Wir gehen einmal die Fakten von diesem kleinen Set durch. Und der erste Fakt ist ein bisschen trauriger Fakt, auf den ich später dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr eingehe. Und zwar, dass es dieses Set momentan nicht mehr zu kaufen gibt. Das heißt, Decathlon hat das gerade nicht mehr im Programm. Sie haben aber ein sehr ähnliches Edelstahlgeschirr im Programm noch für einen ähnlichen Preis. Wobei mich da stört, dass der Deckel aus Plastik ist und man ihn nicht wie hier als kleine Pfanne verwenden kann. Alternativen zu diesem Set sowie natürlich auch die Edelstahlvorschläge findest du natürlich dann unten in der Videobeschreibung. So wie immer auf dem Kanal. Wir haben einen Topf, das ist der große, der fasst 1,5 Liter, kann damit also bequem eine Ravioli-Dose machen. Er hat diese zwei kleinen Griffe dran, die natürlich mit einer Silikonbeschichtung sind. Die Pfanne fasst 0,4 Liter, hatte bei mir auch mal einen Klappgriff, den habe ich entfernt, weil der mich ein bisschen genervt hat. Der war sozusagen nochmal extra hier umschließend. Zwei Gläser, zwei Gabeln, die wiegen insgesamt knapp 40 Gramm und sind aus Plastik. Klassisches, billiges Campinggeschirr, tut seinen Dienst, wenn man es möchte. Ich habe lieber einen Göffel und verzichte dafür auf den Extrabecher. Was macht man jetzt mit so einem Campingbesteck? Man möchte es natürlich auf eine Wärmequelle tun, einen Gaskocher. Ihr könnt es auch ins Lagerfeuer stellen, weil Aluminium ist vernünftig hitzebeständig und könnt dann daraus Essen oder euer Essen umfüllen. Denkbar einfach, so wie Töpfe auch zu Hause da sind. Aluminium kocht dabei sehr viel angenehmer, als es Edelstahl tut. Das heißt, es kühlt nicht so schnell aus, verteilt die Hitze besser, etc. Außerdem, wenn man sich ein bisschen klug anstellt, dann verbrennt man auch weniger. Wir befinden uns hier in einem Preisbereich von 12 Euro, also wirklich low budget, muss ich mal sagen. Vor allen Dingen für so ein Komplettset finde ich natürlich gut. Decathlon hat da angenehme Sachen für Festival und Campinggänger, möchte ich mal behaupten. Ich selbst benutze dieses Set, zumindest die Hauptbestandteile des Sets, ziemlich, ziemlich oft. Und zwar fast immer, wenn ich auf eine Buschkrafttour oder auf einen Campingausflug gehe. Weil das Ding einfach zusammen gut funktioniert. Man kann es zusammenstecken, zwischen darin dann noch was lagern für den Transport. Und dann sehr angenehm damit einfach Essen zu machen, weil natürlich auch die Henkel damit sich wieder gut runternehmen lassen von einer Feuerquelle. Die kleine Pfanne dann natürlich auch. Darin kann man dann super nochmal Würstchen machen. Etwas ähnliches in der Richtung. Mit genügend Fett sogar ein paar leckere Fischstäbchen, wenn man das denn möchte. Wobei das natürlich für einen Buschgraf vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Aber für einen Campingurlaub kann man das vielleicht mal machen, wenn man wirklich sehr Lust auf sowas hat. Alternativ könnt ihr euch natürlich so eins auch bei Decathlon aus Edelstahl holen. Ich hatte das eben erwähnt, dass es gerade leider nicht mehr verfügbar ist, auch wenn ich es sehr gut finde. Dort bekommt man, soweit ich gerade aus dem Kopf informiert bin, für etwa 13 bis 14 Euro eins aus Edelstahl. Edelstahl steht nicht im Verdacht giftig zu sein und ist natürlich ein nahezu unverwüstliches Material, solange man es nicht unter eine Dampfwalze wirft. Dazu bekommt ihr dann ebenfalls Besteck etc. Kleines Set. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was mich allerdings ein bisschen stört, ist, dass der Deckel dann ein Plastikdeckel ist, der sozusagen zum Abgießen von Nudeln gedacht ist. Also eine komplett andere Herangehensweise sozusagen. Das heißt, ihr könnt da nicht nochmal eine kleine Extra-Fahne sozusagen benutzen. Vielleicht muss man das ja auch überhaupt nicht, denn dort kann man ja auch fast alles so drin machen, auch wenn man etwas braten will. Natürlich gibt es dann auch noch verschiedene Größen. Dieses Set in seiner günstigen Variante ist natürlich eher für ein bis zwei Leute gedacht. Das heißt, man macht vielleicht eher eine Dose Ravioli auf und schnippelt sich noch etwas herein, um das Ganze sozusagen zu verfeinern, wenn man bei solchen Convenience Food von verfeinern sprechen kann. Ich habe verschiedene Kochutensilien ausprobiert, unter anderem natürlich dieses aus Aluminium. Die klassische Tartonka-Bowl aus Edelstahl habe ich auch gerade in Benutzung. Da kommt wahrscheinlich dann auch bald mal ein Video. Ich habe noch ein ganz altes aus dem Schweizer Trekking-Shop, das komplett aus Edelstahl ist. Finde ich auch nicht schlecht. Das hat sich allerdings mit der Zeit verformt tatsächlich. Denn, und das darf man nicht vergessen, Edelstahl verformt sich, wenn keine Flüssigkeit mehr drin ist, sehr gerne mal auf dem Feuer. Das kann tatsächlich passieren. Kann man natürlich verhindern, wenn man daran denkt und es nicht einfach im Feuer ohne Flüssigkeit drauf oder ohne etwas zu essen drin stehen lässt. Ein nettes kleines Tochgeschirr in einer günstigen Preisklasse. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Angebote im Low-Budget-Bereich für solches Camping-Geschirr. Schaut euch da gerne mal die Links unten in der Videobeschreibung an. Klickt euch gerne auch mal selber einfach durch Shops, wenn ihr nach was auf der Suche seid. Und ich hoffe, ihr werdet fündig. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen und ein paar Informationen gegeben, die du noch brauchen konntest. Wenn es so war, dann lass dem Video doch gerne einen Like da, vielleicht auch einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Das würde mich zumindest freuen und unterstützen. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.